Der kleine Prinz erscheint mit weiteren Digital Collectibles auf der Vivi App. Außerdem werden wir uns den nächsten Alien-Digitalen Collectible Drop ansehen, sowie auch uns ansehen, wie viele Omis bisher in der Omi2NFT-Beta-Phase geburned wurden. Sehr spannende Zahlen auf jeden Fall. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle mit dem nächsten Drop, der ansteht, und zwar nämlich der Little Prince mit einem weiteren Drop. Das ist jetzt an dieser Stelle hier der zweite Drop, den wir von dem kleinen Prinzen sehen. Das Gesamte wird hier am Samstag heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Ich hoffe mal, das Video kommt hier noch rechtzeitig raus, dass ihr das hier noch mitnehmen könnt. Ansonsten, wir werden hier ein animiertes Collectible sehen, relativ ikonisch. Auch ihn hier, den kleinen Prinzen mit seinem Hund, oder ich glaube, es war ein Fuchs, genau, es war kein Fuchs, kein Hund, hier um diese Erde im Prinzip herumlaufend. Und das Ganze wird hier einen Listenpreis von 30 Gems haben und Editionzahl von 942 Stück. Das wird außerdem eine Ultra sein. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der hier auch die kleinen Prinzen früher verfolgt hat. Editionzahl finde ich hier ist relativ angemessen, dafür, dass es keine Lizenz ist, die viel Nachfrage hat, aber dennoch auf jeden Fall ein nicer Drop. Ich persönlich werde ihn auf jeden Fall nicht mitnehmen. Kommen wir zum nächsten Collectible, und zwar nämlich von Alien. Dieser wird am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen, und wir werden hier insgesamt zwei Dinge sehen. Und zwar nämlich einmal ein Crafting Event und einmal neue Collectibles. Als allererstes haben wir nämlich hier das Diorama, was wir sehen werden von Alien. Und hier wird es möglich sein, für 5 Dollar Listenpreis dieses zu craften. Was man dafür braucht, sehen wir hier unten. Dazu gleich aber mehr. Wir haben hier eine Editionzahl von 1979 Stück und natürlich eine Rare. Und kommen wir jetzt zu den Konditionen hier. Man braucht an dieser Stelle ein Xenomorph Digital Collectible aus der Alien Character Series 1. Und dann braucht man im Prinzip natürlich noch hier das Gegenstück dazu. Also für 5 Dollar muss man dann hier im Prinzip noch bezahlen. Das Collectible wird bei dem Prozess nicht geburnt. Und ihr könnt das Gesamte hier bis zum 8. September machen. Was ganz wichtig ist auch nochmal hier, Store Purchases Only. Das heißt, ihr müsst im Prinzip das Collectible im Store kaufen. Und macht das bitte nicht, dass ihr im Markt kauft und denkt, ihr seid schlau und kauft was günstiger und craftet dann günstiger. Nein, es geht an dieser Stelle wirklich nur über den Store. Also dort auf jeden Fall aufpassen. Kommen wir aber nun zur nächsten Series und zwar nämlich zur Alien Creatures Series 1. Diese werden wir jetzt hier mal uns anschauen. Als allererstes haben wir hier eine Common Ovomorph. Haben wir hier 10 Dollar Listenpreis, wird das Gesamte haben. Eine Editionzahl von 3999 Stück. Und natürlich eine First Edition an dieser Stelle. Als nächstes haben wir dann hier einmal den Facehugger. Dieser wird eine Editionzahl von 3333 Stück haben. Eine Uncommon sein und natürlich auch hier eine First Edition. Kommen wir zum nächsten Collectible und das wird hier der Chestburster sein. Eine Ultra Rare. Dieser wird eine Editionzahl von 444 Stück haben. Und was ich hier sagen muss, weil es auch sehr, sehr cool ist. Wir haben nochmal ein Secret Rare und zwar nämlich ein Craft Base for the Xenomorph. Und wir werden hier einen Listenpreis von 5 Dollar haben. Eine Editionzahl von 888 Stück. Und natürlich wie gesagt schon eine Secret Rare First Edition, First Public Mint 21. Was man hier auch wieder braucht, um das Gesamte zu craften, ist ein Xenomorph Digital Collectible. Man muss mindestens eins davon halten. Und man kann hier im Prinzip Craft will be limited to one Craft per Digital Collectible. Das heißt, ihr könnt nur einmal hier das Gesamte verkraften. Das Gesamte Collectible wird hier nicht geburned während des Gesamten Prozesses. Und wird bis zum 8. September möglich sein hier zu craften. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht eigentlich mit den Crafting Prozessen. Und wie man versucht halt natürlich auch den Verkauf vom Xenomorph selbst anzukurbeln. Indem man hier solche Crafts im Prinzip anbietet. Um dann zum Beispiel sowas wie eine Base für den Xenomorph craften zu können. Finde ich an sich einen coolen Gedanken. Schreibt mir auch gerne mal eure Gedanken zu dem Crafting System unten in die Kommentare. Kommen wir jetzt zu Omi2NFT und der Beta Phase. Denn hier muss man natürlich auch sagen, für die Leute, die es nicht wissen, durch Omi2NFT wird tatsächlich der Omi2NFT auch das erste Mal wirklich deflationär. Weil Omi2NFT durch Fies verbrannt werden. Und jetzt schauen wir uns mal die ersten Zahlen hier an. Wir haben jetzt insgesamt, ja das sind etwa, ich würde sagen, zwei Wochen, was die Omi2NFT in der Beta läuft. Das sind wahrscheinlich so in etwa 100 bis maximal überhaupt 200 Leute, die das wahrscheinlich da wirklich auch aktiv nutzen. Und bisher wurden 67.483.000 Omi2NFT verbrannt. Was aber auch ganz wichtig zu sagen ist, hier wird mit sehr, sehr wenig Collectibles und auch sehr billigen Collectibles gehandelt. Das heißt, diese Zahlen entsprechen jetzt nicht der Realität, sondern sind einfach auch ein wenig gedrückt. Dementsprechend sieht das natürlich jetzt hier sehr, sehr, sehr schwach aus, dass hier natürlich 0,0002463% von rund 240 Milliarden Token jetzt gebrannt ist. Natürlich ist das nichts, das ist mir persönlich auch bewusst, aber man muss es in Relation setzen. Wir haben einfach sehr, sehr billige Verkäufe, dementsprechend auch sehr viel weniger Fies. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und auch sehr optimistisch, dass das auf jeden Fall auch in die Millionen gehen wird pro Monat, was wir dann burnen werden. An Omi werden wir hier schon in der Beta-Phase im Prinzip 67.483 Omi gebrannt. Wirklich mit sehr, sehr cheapen Collectibles. Dann ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall drin. Ich bin aber auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie die Zahlen dann wirklich aussehen werden, nachdem das Gesamte gelauncht ist. Kommen wir jetzt nächstes zum nächsten Marvel-Collectible und zwar nämlich Wolverine, Hashtag 75 aus den Jahren 1988. Und das ist auch ein besonderes Comic, denn es ist die First Appearance of Wolverines Bone Claws, also seiner Knochen krallen im Prinzip. Und das Gesamte wird hier am Dienstag um 17. deutsche Zeit droppen, natürlich wie immer mit 5 Covern. Diese würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz hier an. Man muss auch sagen, es ist leider nicht genau das Original-Cover. Was das genau bedeutet, sage ich euch gleich nochmal an sich. Hier die Ultra finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Und ansonsten haben wir hier natürlich wieder mal einen Listenpreis von 7 Dollar. In der Edition zwar von 5000 Stück. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal jetzt noch die Go-Collect-Daten an. Ich glaube, ihr seht jetzt auch schon hier den Unterschied zu kommen. Wir haben nämlich hier ja im Prinzip so ein relativ cooles Bild, was wir nämlich hier bei der Common nicht haben. Das ist ein bisschen schade, dass hier das Bild nicht mit reingenommen wurde. Aber gut, was die Hintergründe davon sind, können wir natürlich nur spekulieren. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die Go-Collect-Daten an. Hier haben wir eine 9.8 mit 90 Dollar betitelt. Zwar aber dafür im Gegensatz 930 Grades und 421 Verkäufe. Was auf jeden Fall schon für eine relativ hohe Nachfrage spricht. Dennoch, ja, der Wert des Comics ist hier relativ gering. Kommen wir zu einer neuen Sparte von Disneys Comics. Und zwar nämlich Snow White. Diese sind Disney Digital Comics. Und ich persönlich habe auf jeden Fall im Internet dazu jetzt nicht so viel gefunden. Was eigentlich dafür spricht, dass es tatsächlich sogar fast ein First Release ist. Ich habe zwar hier das eine Cover auf Go-Collect gesehen, aber das war nicht zum Verkauf. Da war nichts gelistet. Also könnte sein, dass das hier tatsächlich der erste Release ist. Auch auf der Vivi-App von diesen Comics. Ansonsten haben wir hier das Gesamte am Mittwoch, dem 28. August um 17. deutscher Zeit. Das Gesamte ist hier, wie es auch schon steht, Rediscover the Enchanted Adventure in Magical Drama of the very first Disney Full-Length Animated Movie in this Comic Adaption. Also auf jeden Fall auch ein spannender Comic. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal kurz die Cover hier an. Wir haben natürlich wie immer 5 Cover auch mit dabei. Das Gesamte hier auch nochmal erklärt, was dahinter steckt hinter den Covern. Wir haben hier natürlich auch einen Listenpreis von 7 Gems und eine Edition von 2.000 Stück. Ja, ich persönlich bin jetzt auf jeden Fall kein Fan, mir jetzt hier einen Snow White Comic anzusehen. Ich finde es dennoch auf jeden Fall einen interessanten Schritt, den Disney hier geht. Ich denke mal, sie probieren sich einfach ein bisschen aus und schauen, was hier geht und was nicht. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, dass es hier auf jeden Fall Leute geben wird, die das Gesamte interessiert. Und vielleicht kann man die Ultra or Secret Rare oder sowas dann mitnehmen als günstige MCP-Punkte. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag und guten Abend. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.